Moin, herzlich willkommen hier in Silone. Ich möchte euch mal einmal meine kleine Oldtimer-Sammlung zeigen, die ich schon seit 15, 20 Jahren habe. Jetzt möchte ich euch einmal eine Isetta zeigen, eine 250er Isetta aus dem Baujahre 1960. Das erste Auto mit der Zentralverriegelung, weil es nur eine Tür hat. Es ist fahrbereit, es macht viel Spaß mitzufahren. Es hat ein Rolldach, was damals gebaut wurde, um notfalls daraus auszusteilen. Dann wünsche ich noch allen UV-Lesern und Zuhörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.